Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Craft The World. Wir spielen heute Abend. So, Jungs, kommt mal. Ich will das hier noch fertig kriegen. Und schön wieder zumachen. Oh, ihr habt kein Portal, gell? Bitteschön, Portal. Ich habe eine Idee. Lassen wir das mal hier. Und machen wir uns hier eine Leiter nach oben. So, hopp, hopp. Zumachen, Jungs. Hopp, hopp. Was ist? Kommt da einer? Habt ihr keinen Bock mehr? So kommen die nicht. Was machen die denn die ganze Zeit? Die stellen Stahl her, glaube ich. Jawohl, also zu tun haben sie zumindest. Vielleicht wollen sie nicht in der Luft kommen. Das kann sein. Dann kriegen sie da unten noch ein Portal. Vielleicht funktioniert das. Nö, jetzt kommen sie von oben. Hauptsache, sie machen irgendwas. So, hier nochmal. Das weg, das weg. Das und das. Kommt, Jungs. Das weg, das weg. Ja, du musst es weghauen, sonst kannst du nicht durch, Junge. Gut, dann lass es stehen. Dann hier. Zumachen. Oh, Portal braucht ihr wieder. Alles klar, bitteschön. So, und du hör auf, rumzuhampeln hier. So, befreien. Manchmal muss man denen ein bisschen nachhelfen, Leute. So, mach das zu hier oben. Hier auch. Na komm, mach das zu hier. So, hier zumachen. Und dann farmen wir das hier noch schnell ab. Hoppala. Das Portal erweitern wir. Das brauchen wir nur länger. Macht hier. Achso, ihr habt nichts zu essen. Oh, sorry, Leute. Aber da ist doch was. Da ist doch was. Ihr kriegt ein paar Tannenzapfen wieder. Die passen euch wieder nicht. Dann habt ihr Pech. Ich sag's mal, wie es ist. Der will Fleisch. Ja, nee. Wollen wir alle, gell. EU-Sparpaket und so. Kann man mir nicht leisten. Tut mir leid. Okay, ersetze Herz, Jungs. Wir ersetzen das Herz. So. Was ist hier? Lol. Da flickt man das Sand am Schädel. So, mach mal den Sand hier weg, Kleiner. Okay. So, jetzt machen wir da oben das wieder zu. Nicht, dass da ein riesen Loch entsteht. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Bauherde. Hä? Wieso stellt ihr keine Leitern hier hin? Uh oh. So, behaltet euch mal ein bisschen. Jungs. Was macht ihr? Jungs. Den kannst du nur eine einhauen. Jawohl. So, und jetzt bitte hier endlich mal weitermachen. Das kann ja nicht sein hier. Diese Viecher hier da rumeiern. So, noch eine Leiter. Und jetzt dicht machen da oben. Bauherde. Was machst du denn da oben? Jungs, gebt doch mal Gas. Das ist doch nicht so viel verlangt hier. Ihr seid doch lahmarschig, ihr Zwerge. Hopp jetzt. Na? Wird's dann. Die machen das hier nicht dicht, Leute. Was ist denn mit ihnen los? Scheiß. So, jetzt dicht machen aber. Kommt. Na, will ich hoffen. So, und jetzt machen wir hier noch dicht. Bauherde. So. Entferne Leiter. So, ersetze Eisenherz. Es geht doch. Warum denn nicht gleich so? So, läuft es. Genau. Entferne Leiter. Machen wir alles dicht hier. Super. Na, endlich funktioniert das. Das ist aber blöd. Das habe ich jetzt blöd gemacht. Hier muss noch ein Erdklumpen hin. Sonst kann man das da drüben nicht machen. Die brauchen ein Portal. Das kriegen sie hier hin. So, mach das hier auch dicht. Hopp. Hier dicht machen. Hier, 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 hier. Hopp, hopp, hopp. Jetzt machen wir uns das hübsch hier. So, und dann graben wir da nach unten und werden hier ein bisschen farmen. Bisschen das abfarmen hier alles. Zack, zack, zack. Gibt es viele schöne Pflanzen. Jo, ein Buch haben wir. Und was haben wir? Ein Schmiedelehrbuch. Das können wir nur gebrauchen. Das geben wir gleich einen von unseren Zwergen. Wer ist Schmied? Ich brauche einen Schmied. Wer ist Schmied? Du bist Schmied. Sehr schön. Du bist jetzt ein besserer Schmied. So, hier werden wir die Kohle ersetzen. Und wir haben seltene Metalle gefunden. Sehr gut. Das Portal werden wir hier hin. Hier können wir Leitern hin. Die Schnecke hier weg. Und da oben zumachen. Hoppala. Die Leiter, die lassen wir noch. Wir müssen zuerst zumachen. So, jetzt die Leiter weg. Jetzt die Leiter weg. Jawohl. Das machen wir hier alles schön dicht. Ihr braucht ein neues Portal. Bitte schön. Das geben wir euch hier hin. So, dann machen wir alles dicht hier. So, läuft es. Weh Butter. Geht sich das da aus, dass ihr hier einen Erdklumpen herbaut? Ich glaube nicht, ne? Nein, leider nicht. Da müssen wir zuerst hier einen Erdklumpen herbauen. Dann geht's. So, jetzt machen wir da oben nur dicht. Ich mache hier unten alles dichte. Wobei, da können sie eigentlich eh machen. Die Monster, was sie wollen. Das wäre eigentlich egal. Das muss ich nicht machen. Lass mal das auch. Wir werden hier die Kohle ersetzen. Die Kohle ersetzen. Sagen wir hier, die Schnecke platt machen. Farmen, farmen, farmen. Alles abfarmen hier, was es gibt. Hier gibt's genug zum Farmen. Das rentiert sich auf jeden Fall. Hier unten machen wir ein Portal hin. Dann brauchen die dann immer rauf. Wenn das von meiner Bude weg ist, die Höhle, dann ist es egal, wenn hier ein Loch ist. Aber ich will nicht neben meiner Höhle hier ein Riesenloch haben. Wer weiß, dann kommen die noch von unten oder so. Das muss ich jetzt nicht haben, ehrlich gesagt. Na, kommt schon, Jungs. Was ist? Was ist? Macht weiter. Wir haben eine neue Aufgabe übrigens. Und zwar... Aha! Koche etwas zu essen. Okay, das habe ich doch schon gemacht, glaube ich. Haben die genug zu essen hier? Ja. Aber ich könnte diesen Helm hier langsam machen. Ja, jetzt haben wir Leder und Eisenerz. Jetzt passt das. Äh, Leder, Eisenerz. Wo ist es? Hier. Und Leder. Wo ist Leder? Hier. Und nochmal. So, jetzt machen wir 14 Helme. Das muss reichen. Und ihr kriegt jetzt alle Spitzenhelme von mir spendiert. Was macht der hier? Hoppala. Der macht plus 1 Rüstung. Und der neue Helm, der macht plus 2 Rüstung. So, ihr kriegt jetzt alle diesen Helm hier. Habt ihr ihn alle? Jawohl! Nice one! So, ihr kriegt jetzt alle diesen Helm hier. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir machen wieder mal einen Cut, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi, let's play, tschüss! Vielen Dank!